Es gibt diese Szenen, da sträuben sich die Nackenhaare. Also die vom Menschen, nicht die vom Hund. In Hannover hat in der Nacht zum 4. April 2018 der Staffager Terriamischling Chico seinen 27-jährigen Halter totgebissen und dessen 52 Jahre alte Mutter. In der gemeinsamen Wohnung. Feuerwehrleute brechen die Wohnungstür auf und fangen den Hund mit einer Schlinge. Die Obduktion ergibt zweifelsfrei, dass die beiden Menschen vom Tier getötet wurden. Zwei Wochen später wird Chico eingeschläfert. Doch zuvor spielt Deutschland verrückt. Fast 300.000 Menschen setzen sich per Online-Petition für den Staffager Terriamischling ein. Tierschützer brechen in das Tierheim ein, in dem Chico untergebracht ist, um ihn zu befreien. Vor dem Veterinäramt kommt es zu einer Mannwache. Für uns ist Chico ein Held, ruft da ein Mann in die Fernsehkamera. Chico ist ein Freiheitskämpfer. Und dann skandieren die Hundefreunde allen Ernstes, als ginge es um Che Guevara, Chico-Vara, Chico-Vara, Chico-Vara. Ein Hund, der zwei Menschen tot gebissen hat, wird auf der Straße gefeiert. So sehr ist Deutschland auf den Hund gekommen. Das erste macht sich auf eine Reise durch dieses Hundedeutschland und stellt seine Dokumentation unter den Titel Wie gefährlich sind Kampfhunde? An der Antwort auf diese Frage wird das Fernsehen scheitern. Das ist nicht überraschend. Sehenswert ist diese 45-Minuten-Spurensuche. Trotzdem. Schnell sind die rechtlichen Rahmen erzählt. Nur die drei Bundesländer Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen verzichten auf sogenannte Rasselisten, nach denen einige Hundearten nicht gezüchtet, gehandelt, gehalten werden dürfen. Aber wir sehen auf die Frau in Bremen, die mit ihrem Stafford-Chiateria an der einen, ihrem Pitbull an der anderen Seite Gassi geht durchs Wohngebiet, vorbei an kleinen Kindern, die sich vor Angst an ihre Mutter drücken. Ist diese Angst nachvollziehbar, will der Reporter von der Hundehalterin wissen. Gar nicht, befindet die Punkt und sie schiebt noch einmal nach. Ich verstehe das überhaupt nicht. In Bremen dürfte die Frau ihre Hunde eigentlich gar nicht halten Punkt aber sie versteht sich gut mit dem Kontaktpolizisten ihres Viertels. Deshalb übersieht er ihre Hunde Punkt und so schaut sich Bremens Innensenator den Filmausschnitt mit der Frau und ihren sogenannten Kampfhunden an, die es in seiner Stadt eigentlich gar nicht geben dürfte. Und auf die Frage, ob sein Gesetz löchrig sei, fällt ihm da nur eine Antwort ein, dem kann ich nichts entgegensetzen.